Hallo zusammen, ich möchte heute mal über zwei Zitate reden, die ich wieder aufgeschnappt habe in letzter Zeit und möchte dann im Ende nochmal auf das Hier und Jetzt, auf die Lehre von Eckart Tolle zurückkommen, die damit mit diesen zwei Zitaten wunderbar in Verbindung steht. Das erste Zitat ist, vor dem Sonnenaufgang ist es immer am dunkelsten. Also das bezieht sich darauf, dass wenn Menschen in einer Krise sind oder auch vielleicht eine Gesellschaft in einer Krise ist, dass die Krise immer eine Art Dunkelheit darstellt und der tiefste Punkt der Krise, da wo es am schlimmsten ist, das ist kurz vor dem Sonnenaufgang, bevor es wieder hell wird, bevor wieder die Energie zurückkehrt, dass Sonnenlicht das Leben schenkt und dass die natürliche Ordnung bewahrt und erhält. Und das kann man wunderbar auch auf persönliche Krisen übertragen. Man darf Vertrauen darin haben, dass das Leben weiß, was es tut und dass es Naturgesetze gibt und dass Krisen zum Leben dazugehören. Auch die Natur an sich, wenn da gar keine Menschheit wäre, würde durch Krisen gehen müssen. Stellen wir sich mal nur Vulkanausbrüche vor, Brände, Erdbeben. Die Natur, das sind Krisen der Natur und oft entsteht aus solch einer Krise danach das Neue. Die Vulkanasche ist fruchtbar. Der abgebrannte Wald bietet für neue Arten von Pflanzen jetzt Licht, um dann zu gedeihen. Erdbeben erschaffen Gebirge mit neuen Lebensräumen. Also man darf das ruhig auch ein bisschen verknüpfen, denn wir sind Teil der Natur und wir vergessen das oft, dass wir Teil der Natur sind. Und wir koppeln uns so dermaßen ab, weil wir so abstrakt leben und gar nicht mehr in der Natur leben. Wenn wir schauen, wo wir hier, wenn wir in unserer Wohnung sitzen, wie wir arbeiten, wie wir von A nach B kommen, dann ist das so abgekoppelt von der Natur, dass wir uns oftmals gar nicht mehr daran erinnern oder das sehr leicht vergessen, dass wir Teil dieser Natur sind. Natürlich sind diese ganzen Dinge aus den natürlichen Ressourcen erschaffen, weil wir konnten nur mit dem arbeiten, was wir hier vorfanden. Aber wir haben das so oft durch den Katalysator gejagt, sage ich mal, dass wir gar nicht mehr sehen, dass das Teil der Natur ist, was uns umgibt. Selbst wenn es nur ein Schrank ist oder ein Smartphone. Deswegen ganz wichtig, auch wenn man selbst in die Krise reinkommt, Vertrauen darin haben, dass man da wieder rauskommt und dass es einen Sonnenaufgang gibt. Und dieser Sonnenaufgang ist auch eine Chance, dass die nächsten Nächte kürzer werden. Ja, sozusagen, dass die Krisen danach kürzer werden oder man schneller daraus lernt und die Sonne schneller wieder aufgehen kann. Und irgendwann kommt man da zu dem Punkt, wo man dann eine Art Weisheit vielleicht erlangt, eine Art Gelassenheit, eine Art Freude. Und dann braucht man diese Dunkelheit gar nicht mehr so sehr, weil man aus den anderen Krisen sehr viel gelernt hat. Und wenn man von vornherein dieses Mindset hat, nach jeder Krise kommt ein Sonnenaufgang und das ist ein natürlicher Teil des Lebens, dann lernt man auch aus diesen Krisen. Wenn man denkt, warum passiert mir das und gar keinen Sinn in diesen Krisen sieht, dann lernt man meistens auch nichts aus diesen Krisen. Und dann muss noch eine kommen und noch eine und noch eine. Und vielleicht müssen sie auch immer schlimmer werden, bis man dann endlich mal sein Weltbild hinterfragt. Das zweite Zitat, das baut darauf auf, Das ist von Michel de Montagne. Das ist ein, der hat im 18. Jahrhundert gelebt, glaube ich, ein Jurist. Also er war Jurist und er hat gesagt, das deutlichste Anzeichen von Weisheit ist eine immer anhaltende Heiterkeit. Und das fand ich sehr interessant. Denn Weisheit wird heutzutage oft falsch verstanden. Weisheit, da denkt man immer an irgendeinen Guru, der irgendwie im Himalaya auf dem Berg sitzt und dann kommen Leute zu ihm und er gibt ihm ein paar Ratschläge und das war's. Weisheit ist etwas, was uns umgibt, was in uns wächst, was Teil von uns ist. Und ich finde das die beste Beschreibung von Weisheit. Weisheit ist eine immer gleichbleibende Heiterkeit. Wenn wir aus Krisen gelernt haben, wenn wir verstanden haben, dass das Leben uns das schickt, dass es immer ein Hoch und Runter gibt und dass wir ohne diese Krisen, ohne diese auch schlechten Tage mal gar nicht mehr die Wertschätzung erleben können. Das ist wie wenn es nur Tag gibt und nie Nacht. Dann könnten wir den Tag gar nicht mehr wertschätzen. Jetzt rein auf die Lichtverhältnisse bezogen oder wenn es immer nur Sommer gibt. Wenn man jetzt irgendwo hinzieht, ich habe das schon oft gehört, wenn Leute, die hier in unserem breiten Leben und Winter und Sommer gewohnt sind und den Winter überhaupt nicht gern haben. Die sehnen immer sich dem Sommer entgegen und die ziehen dann, weil sie eigentlich das ganze Jahr Sommer wollen, irgendwo hin, wo es keinen richtigen Winter gibt. Zumindest keinen Winter, den wir in Mitteleuropa kennen. Und die kommen dann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren zurück und sagen, um Gottes Willen hat mich das gute Wetter genervt. Dauernd gutes Wetter. Nein, der Winter hier ist zur Einkehr. Wir können einkehren und zurückziehen. Hier bei uns, früher bei den Germanen und auch in den Gebieten, wo es immer dieses, wo das Wetter uns zum Rückzug gezwungen hat. In diesen Regionen gab es auch besonders viel Fortschritt und Innovationskraft und das gibt es heute noch. Ja, das heißt, wir haben uns zurückgezogen. Das Wetter zwingt uns hinein in die Einkehr, nicht nur in die Einkehr in das Haus, auch in die Einkehr in uns selbst. Und im Sommer haben wir dann Kraft getan, haben reflektiert, können wieder aus uns rausgehen, können wieder in die Welt hinaus und Dinge anpacken, Dinge materialisieren, manifestieren. Und dieses Wechselspiel ist extrem wichtig. Und deswegen ist dieses Wechselspiel auch bei uns, also in unserer persönlichen Entwicklung wichtig. Und wenn wir das erkannt haben, dann heißt es nicht, dass wir keine schlechten Tage mehr haben, sondern das heißt, dass wir im Hintergrund immer eine anhaltende Heiterkeit spüren. Und das meine ich ganz ernst. Und wer das tut, der weiß, was ich damit meine. Er weiß im Hintergrund, ganz tief in sich, dass alles gut ist. Auch wenn alles gerade den Bach runtergeht im Außen, er weiß ganz tief im Kern, alles ist gut. Und das bedingt diese Heiterkeit. Dieses, ich bin hier auf der Welt und ich weiß, mein Weltbild ist konkurrent mit der Welt und meinem Leben und ich komme aus Krisen gestärkt hervor. Und mir kann nichts passieren. Selbst den Tod erkennt man an als Teil des Lebens. Und wenn man das tut, dann entwickelt sich eine Art Heiterkeit in einem. Und diese Heiterkeit ist andauernd. Sie schwimmt tief im Ozean der Persönlichkeit und ist immer da. Man hat immer einen Zugang zu ihr und kann sie spüren. Und eigentlich hat das jeder in sich. Bloß es wird verschüttet. Es wird verdeckt von unseren Gedanken, von unserer abstrakten Denkweise. Und da komme ich jetzt auf Eckart Tolle und auf das Hier und Jetzt. Es ist einfach, im Hier und Jetzt, im jetzigen Moment zu sein, in sehr schönen Momenten und sehr schlimmen Momenten. In sehr schlimmen Momenten, wenn man Angst hat, wenn man wegrennen muss, wenn eine Katastrophe um einen herum passiert. Da ist man sofort im Hier und Jetzt, weil es ums Überleben geht. Ich meine jetzt wirklich von den sehr schlimmen Dingen, wenn jetzt zum Beispiel neben einem irgendwie ein Haus zusammenbricht, oder, ja, das ist mal abstrakt gesprochen. Und bei den wunderschönen Dingen, ja, wenn man am See sitzt, man hat gerade gegessen, man hat ein Weinchen in der Hand und sieht den Sonnenuntergang an oder man erlebt körperliche Nähe oder man sitzt mit den Liebsten zusammen und unterhält sich angeregt. Es ist leicht, in diesen Momenten im Hier und Jetzt zu sein. Aber was uns wirklich, was wirklich die Praxis der Spiritualität ist, ist im Alltag auch im Hier und Jetzt zu sein. Ja, im Alltag, in den alltäglichen Aufgaben, nicht gedanklich abzuschweifen in irgendwelche Fantasiewelten oder was mache ich, wenn ich Feierabend habe oder wie ist mein nächster Urlaub, sondern voll bei der Sache zu sein, auch bei den langweiligen Dingen, ja, auch bei den alltäglichen Dingen, die einem nicht so gefallen. Das ist das, worum es geht. Und das heißt nicht, dass man sich nicht mal voll in seinen Kopf vertiefen kann und mal Dinge anpacken kann und kreativ sein kann. Aber dann benutzt man das Gehirn, aber dann benutzt man das Gehirn als Werkzeug. Und dann geht man nicht in die Abstraktion und masturbiert gedanklich alle möglichen Dinge durch oder empfindet Grollhass oder was hat der schon wieder gemacht? Oh, der ist blöd und um Gottes Willen, daheim muss ich den Abwasch machen. Diese Dinge, die tut man dann nicht, sondern man benutzt sein Gehirn dafür, wofür es da ist, nämlich um als Werkzeug in die Kreativität zu gehen, in die Problemlösung zu gehen und danach kommt man wieder ins Hier und Jetzt und legt das Werkzeug quasi wieder neben sich, ja, sozusagen. Und das ist so wichtig. Wir Menschen tendieren dazu oder viele Menschen tendieren dazu, dass sie denken, das hier oben ist alles, was sie haben, ja. Sie gehen nicht mehr in die Gefühle ins Hier und Jetzt ins Fühlen, nämlich das ist das Herz, das ist der Bauch, das ist nicht der Kopf. Viele wissen gar nicht, dass sie hiermit, dass der Bauch und das Herz ihnen viel sagt und viel Impulse gibt und Richtungen weiß. Sie sind so verkopft, dass sie denken, alles muss sich hier oben abspielen. Und das ist sehr gefährlich, denn dann entwickeln sich Emotionen, die normal gesund gelebt werden können, die einem eine Richtung zeigen und dann auch wieder verfliegen. Die verfestigen sich hier oben. Die verfestigen sich, weil man nicht im Hier und Jetzt ist, sondern immer im Kopf. Und durch diese Verfestigung, ich sag mal, mutieren sie und werden destruktiv und toxisch. Und deswegen haben wir Kriege, deswegen haben wir Gewalt, deswegen haben wir, ja, diese ganzen menschlichen Abgründe, die man kennt, das hat genau damit zu tun. Und wenn wir uns in die Praxis begeben, im Hier und Jetzt zu sein, ja, und die Wege ins Hier und Jetzt beschreibt Eckart Tolle wunderbar, ja, also auf die Stille hinter den Geräuschen hören, den Atem zu spüren, ja, den Körper zu fühlen, sich des Raumes bewusst werden, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege da rein, dann gehen wir wieder in unser Herz, in unseren Bauch, in den jetzigen Moment, sind wieder leidenschaftlicher, sind wieder spontaner. Und dann kommen uns auch Impulse, wo wir eigentlich hinwollen im Leben. Und diese Impulse können wir dann wieder mit unserem menschlichen Werkzeug-Gehirn ausarbeiten und eine Strategie entwickeln. Wie komme ich denn da am besten hin oder wie manage ich das am besten? Aber dann auch jeden Tag und jeden Moment, wo ich das Werkzeug nicht brauche, wieder zurückkommen in das Hier und Jetzt. Und das ist so wichtig, ja. Also diese drei Sachen, Eckart Tolle im Hier und Jetzt, dann, und diese zwei Zitate mit dem Sonnenaufgang und der Weisheit, deren Zeichen es ist, eine andauernde Heiterkeit beizubehalten oder zu spüren im Hintergrund. Das geht wunderbar einander über. Und das fand ich drei ganz tolle Sachen, die man jetzt wunderbar miteinander verknüpfen konnte. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen, ja, das rüberbringen, was ich damit meinte. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.